Hallo liebe Garagenschrauber, in diesem kurzen Video zeige ich euch, wie ihr die Zündkassette bei einem Saab 9-5 tauschen könnt. Diese macht nämlich oft Probleme, ist aber sehr schnell gewechselt, das kann wirklich jeder. Hier auf der rechten Seite befindet sich ein Saab-typischer Sicherheitsstecker. Die rote Sicherung zur Seite schieben, dann kommt einem der Stecker auch schon entgegen. Wenn das nicht gehen sollte, ein wenig Kriechöl hilft und ein Schraubenzieher kann auch angesetzt werden, wobei man aufpassen muss, das Plastik nicht zu brechen. Als nächstes können diese vier Torx-Schrauben gelöst werden. Nun kann die Zündkassette mit leichtem Zug auf beiden Seiten abgezogen werden. Sie sitzt ein bisschen straff auf den Zündkerzen drauf, da hat sich ein bisschen Vakuum gebildet. Es ist aber nichts verklebt oder sonstiges, kann einfach abgezogen werden. Vor dem Wiedereinbau der neuen Kassette sollte ein wenig Zündkerzenfett auf den Gummidichtungen aufgebracht werden, damit diese beim nächsten Entfernen nicht einreißen. Die Zündkassette nun leicht andrücken, die Schrauben einschrauben und den Stecker wieder anstecken. Ja, das war es auch schon. So einfach tauscht man eine Zündkassette bei einem Saab 9-5. Ich hoffe, dir hat das Video weitergeholfen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und wenn du noch Fragen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Viel Erfolg beim Zündkassette wechseln und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!